Halogene reagieren sehr leicht mit Wasserstoff. Dann erreichen sie die Edelgaskonfiguration. Über eine kovalente Bindung bilden sich Halogenwasserstoffe. Dazu gehören Fluorwasserstoff HF, Chlorwasserstoff HCl, Bromwasserstoff HBr und Jodwasserstoff HI. Alle Halogenwasserstoffe sind Dipolmoleküle. Die Polarität der Bindung nimmt von Jodwasserstoff zu Fluorwasserstoff zu, weil der Elektronegativitätsunterschied zwischen den Bindungspartnern grösser wird. Dennoch sind die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen relativ schwach. Halogenwasserstoffe liegen bei Raumtemperatur gasförmig vor. Untertitelung des ZDF, über 이쪽, Sascha, Untertitelung des ZDF, 2020